Lieber Gott, kannst du die Sterne vom Himmel aussehen? Meine Mom sagt, ich werde eine ganze Weile krank sein, aber dann wird's mir wieder gut gehen. Briefe an Gott. Dieser kranke Junge schreibt Briefe an Gott. Was soll ich damit machen? Es ist ihre Reise, Brady. In letzter Zeit, da habe ich das Gefühl, dass ich alles, was ich anfasse, in Staub verwandelt. Ich habe das Gefühl, dass Gott einen Grund hatte, Ihnen diese Briefe zu geben. Vertrau auf Gott, Maddy. Sein Wille geschehe, Maddy. Ich bin mit seinem Willen nicht einverstanden, Mom. Ich gehe heute auch wieder zur Schule, oder? Was meinst du, Sam? Ich glaube, er ist soweit. Schön. Spielst du in der Mannschaft? Ich habe nicht mehr gespielt, seit ich krank bin, aber ich würde gern wieder. Danke, dass Sie etwas Zeit für Tyler hatten. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Lieber Gott, meinst du, du könntest jemanden für meine Mom finden? Könntest du ihr jemanden schicken, der sie glücklich macht? Manchmal denke ich, dass dieses wunderbare Lachen das Einzige ist, was mir Kraft gibt. Wenn die Leute sehen, wie stark und tapfer du bist, werden sie einen Blick auf ihr eigenes Leben werfen. Bens Brief an Gott hat mir gezeigt, was ich nicht gesehen habe. Gott hat dich ausgesucht. Er hat dich ausgesucht, um meine Mom zu sein. Ich sehe jetzt, dass mehr an diesem Leben ist, als ich vorher sehen konnte. Du hast all diesen Menschen geholfen, die Wahrheit zu finden. Alles in allem Gott war es ein sehr guter Tag. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!